Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, vielen lieben Dank für dein Einschalten und zu einer neuen Legung. Lass uns mal gucken, was hier so los ist, was die geistige Welt jetzt zu übermitteln hat, welche Botschaft jetzt genau richtig und wichtig ist. Du weißt, es ist eine allgemeine Legung, schau daher bitte, ob das Ganze hier überhaupt für dich passend und stimmig ist. Zweitens, Trägerwarnung ist möglich, drittens, zeigt sich irgendein Gegenüber von euch an, man kann es sein, dass die Rollen hier einmal komplett verdreht und vertauscht sind. So, lass uns mal gucken, was ich hier so anzeigen möchte. Was haben wir denn? Ja, aber du weißt nicht so genau, ne? So, was ist denn hier los? Ja, also ich nehme dich momentan als Einsiedler wahr. Also du bist hier der Einsiedler, du bist hier der Hör... Uff! Der Hörmit. Du bist der Eremit. Das heißt, erst einmal ist das hier eine große Arcana. Arcana steht immer für eine Lernaufgabe, für etwas Schicksalhaftes oder eben aber auch für eine Lektion. So, jetzt geht es aber hier darum, mit dem Einsiedler, also mit dem Eremiten, dass du dich hier ganz bewusst, du hast dich ganz bewusst hier zurückgezogen. Du bist hier irgendwie komplett allein, für dich alleine, ja? Du genießt auch irgendwie so das alleinige Dasein deiner Person. Also hier ist irgendwas passiert, wovon du dich aber auch wirklich zurückgezogen hast, ne? Irgendwas war hier für dich auch vielleicht gar nicht mehr so wirklich kompatibel. Also irgendwas hat dir hier nicht gepasst, war nicht mehr stimmig, saßt du hier, ne? Und hast dich aufgrund dessen hier einfach zurückgezogen. Es kann auch sein, dass es hier eine Angelegenheit war, die dich einfach überfordert hat. Und diese Angelegenheit, die dich hier so überfordert hat, hat dich schließendlich auch dazu gebracht, dich hier zurückzuziehen. Der Eremit, der ist sehr weise, der ist sehr schlau, der ist sehr bedächtig, der weiß auch sehr, sehr viel, ne? Du hast hier ganz, ganz viel Weisheit in dir aufgenommen. Du weißt hier sehr, sehr viel und hast hier dadurch natürlich auch für dich selbst eine ganz weise und bewusste Entscheidung getroffen, ne? Aber irgendwie sitzt du jetzt da und fragst dich, hm, irgendwie fühlst du dich ja doch vielleicht ein bisschen alleingelassen. Nicht Mutter sind allein, das will ich nicht sagen. Aber irgendwie fühlst du dich jetzt doch so ein bisschen alleine. Du bist hier auch schon eine ganz, ganz lange Zeit im Rückzug. Eine richtig lange Zeit. Hast du dich hier wirklich rausgezogen, rausmanövriert, um für dich zu sein, ja? Du möchtest ja einfach nur für dich alleine sein. So, dann habe ich hier noch die Königin der Stäbe. Das könnte jetzt eine Dame sein, die hier demnächst auf dich zukommen wird, um dich aus dem Rückzug rauszuholen. Das kann eine gute Freundin sein, das kann eine Dame aus der Familie sein, das kann eine Arbeitskollegin sein oder eben eine Person, die du neu kennenlernen wirst. Das kann auch möglich sein, ne? Eine Person, die dir in dem Moment auf jeden Fall sehr, sehr gut tut, weil die geistige Welt hier jetzt wirklich auch sagt, jetzt ist gut mit deinem eigenen Rückzug. Du darfst jetzt auch mal wieder rauskommen aus deinem Schneckenhäuschen. Du darfst jetzt auch wirklich mal rauskommen und dich mal zeigen und dich präsentieren. Weil eigentlich, eigentlich warst du das einst ja mal hier gewesen. Guck dir das mal an. Du hast gestrahlt, du hast vor Freude gesprüht, du hast inspiriert, du warst kreativ, du hattest Spaß am Leben gehabt. Du warst einfach so eine richtige Frohnatur. Aber irgendwas scheint hier passiert zu sein, dass irgendwie das Gegenteilige mit dir nach einer Zeit gemacht hat. Ja, das wirst du jetzt natürlich für dich am besten wissen, was hier los ist. Aber hier mit den Zweiderstäbe habe ich auch so eine Energie von, du sitzt hier am Fenster, guckst raus. Es ist irgendwie so, als würdest du auf etwas warten. Du hast nach etwas Sehnsucht. Hast dich jetzt aber komplett zurück- und rausgezogen, weil du dir irgendwie sagst oder denkst, ja, irgendwie ohne diese Situation, Sachlage, Person oder so, fühlst du dich alleine und kannst dich irgendwie nicht weitermachen. Es ist irgendwie so, du kannst hier nicht weitermachen. Du möchtest, weil du hier irgendwie noch Hoffnung hast. Hoffnung darauf, dass hier noch irgendwas kommt, dass da irgendwas passiert. Aber irgendwie, ja, du bist aber auch sehr, sehr traurig. Also ich weiß nicht, bei dir ist einiges momentan so los, ne? Du bist sehr traurig und still. Man sieht nichts, man hört nichts von dir. Aber du sollst da hier wieder an diese Energie kommen, ne? Und das kann wirklich eine Dame sein, die versucht, dich hier wirklich anzuspornen, anzuheizen, dass du hier rauskommst. Komm raus aus deinem, aus deiner Höhle. Komm raus aus deinen eigenen vier Wänden, aus deinem Schneckenhäuschen und guck dir mal die Welt an. Guck mal, auch hier bist du drin zu Hause. Du guckst zwar aus dem Fenster raus, dass du immer mal wieder zwischendurch was sehen kannst, erblicken kannst, aber das ist hier noch nicht so ganz ausreichend. Du sollst richtig raus, du sollst dich richtig zeigen und präsentieren. Du sollst dich hier richtig mal präsentieren, so wie du bist, so wie du einst mal warst. Es ist irgendwie so, als hätte man dir das auch schon irgendwie so gesagt, man vermisst dein altes Ich. Du scheinst dich hier irgendwie verändert zu haben. Man kennt dich so nicht mehr. Ja, was ist denn hier passiert? Also hier zeigt sich auf jeden Fall eine Situation an, die eingetreten ist. Ja, und das war hier nicht so schön. Hat dir schlaflose Nächte bereitet? Oh, oh, oh. Hier zeigt sich eine Sachlage an, die viel mit dir gemacht hat. Wie gesagt, hat dich nachts nicht mal schlafen lassen. Du hattest vielleicht sogar auch Albträume gehabt. Du hattest einen gestörten Schlafrhythmus. Also hier war alles gar nicht mehr so richtig im Gleichgewicht. Was hier auch passiert ist, war hier irgendwie nicht so richtig im Gleichgewicht. Weißt du, was hier, glaube ich, passiert ist? Hier ist jemand, eine Person, die sich hier anzeigt, die irgendwie eine unüberlegte Handlung getan hat. Man hat hier irgendwas Unüberlegtes getan und ist hier vielleicht zu einer anderen Person gelaufen und nicht zu dir oder man ist nicht bei dir geblieben. Die freut sich jetzt natürlich, dass sie hier sozusagen, das kann hier jetzt wirklich gut durchaus möglich sein. Ja, da musst du jetzt mal wirklich gucken, wie das Ganze hier passend ist. Die freut sich jetzt natürlich, weil sie für sich selber hier einen Erfolg eingeheimst hat, eingefahren hat. Und du hast dich denn aufgrund dessen zurückgezogen. Und bist hier die Dame auf dem Stuhl und lebst dein Leben weiter. Und spektakulär, es ist irgendwie so, als wärst du so teilnahmslos. Es ist irgendwie so, als würdest du nur noch funktionieren für die Arbeit. Und wenn du dann zu Hause bist, ja, ich weiß auch nicht, das ist hier irgendwie keine schöne Energie, die sich hier zeigt. Ja, das ist eine richtig stark ausgeprägte Melancholie. Und dann hast du irgendwie hier noch Hoffnung, dass er dann wieder zu dir zurückkommt. Und dann frage ich mich aber, warum? Warum hast du dann hier noch Hoffnung? Jemand, der dich hier für wen anders hat sitzen lassen? Auf den wartest du? Liebes, du bist dir mehr wert, als auf jemanden zu warten, der dich irgendwie hat einfach so sitzen lassen. Der dich ganz schnell ausgetauscht hat. Ich gehe immer an der Annahme, dass du das schon weißt. Ja, und dass das jetzt die vergangene Situation repräsentiert. Ich glaube, mit dem Eremiten bist du ja sowieso sehr, sehr weise und hast einen Überblick über die Dinge. Du weißt, was Sache ist. Du weißt, was Phase ist. Hältst dich hier aber zurück. Warte bitte nicht auf jemanden, der dir eins zu wehgetan hat. Kommt er hier wieder an, dann könnte die Gefahr anlaufen, dass man dir wieder weh tut. Und dass du dann wieder genau in den gleichen Zyklus hereinmanövriert wirst und dass dann alles wieder von vorne losgeht. Und es hat sich aber nichts verändert in der Zeit. Gar nichts. Bei dir vielleicht schon, ja. Aber bei dieser Person hier nicht. Du bist die Königin der Kelche. Du bist eine sehr intuitive und gefühlvolle Frau. Du bist eine ganz, ganz tolle Dame. Ein ganz toller Herr. Was auch immer hier bei dir passiert ist. Du hast dich immer und immer wieder die ganze Zeit über selbst geschätzt. Du hast hier ganz, ganz viel bei dir geheilt, gemacht und getan. Du hast ganz, ganz viel transformiert. Es wirkt irgendwie so auf mich, als hättest du das, was passiert ist, angenommen. Ich will nicht sagen, du hast das Positive daraus gezogen. Das will ich nicht sagen. Aber du hast es angenommen, weil es für dich selber hier auch eine ganz, ganz große Chance war, einer emotionalen Heilung. Ja, du hast hier emotionale Heilung und Erfüllung erfahren dadurch, dass du gelernt hast, dich selbst in die Fülle zu bringen. Königin der Kelche, die weiß, wie es geht. Jetzt weiß sie, wie es geht. Es ist auch sehr spirituell angebunden. Hier oben ist so eine kleine Krone drauf. Seht ihr das? Da ist so eine kleine Krone drauf. Und die kleine Krone repräsentiert das Kronenchakra. Siehst du? Spirituelle Anbindung, die ist da. Du bist hier eine sehr, sehr weise Frau. Du hast viel Wissen in dir vereint. Du hast auch die Fähigkeit der Manifestation. Du bist aber auch beschützt. Du warst die ganze Zeit beschützt. Etwas konnte man dir hier aber auch wiederum nicht wegnehmen. Das ist dein eigener Selbstwert. Dein Elixier davon, wovon du dich näherst, wovon du lebst, das dich erblühen lässt. Das sind deine eigenen Gefühle und Emotionen. Und die hast du im Übermaß. Und die sind alle bei dir geblieben. Die hast du dir irgendwie selber wieder zurückgeholt, weil du es dir selbst in dem Moment auch gegeben hast, weil du in deine eigene Fülle angekommen bist. Du bist in deine Fülle angekommen. Und das repräsentiert dich hier natürlich einmal als Kirchkönigin und als Eremiten. Das ist eine hammerstarke Kombination. Zwei starke Persönlichkeiten, die hier auf eine einzige Person eine Symbiose ausstrahlen. Das ist echt krass. Du hast dir was ganz, ganz Tolles bei dir selbst allerdings bewerkstelligt und erwürgt. Du hast dir ganz viel geleistet. Für dich selbst hast du ganz, ganz viel geleistet. Und das mit dem anderen, das hat dich nachher schon irgendwie gar nicht mal so richtig gejuckt. Beziehungsweise solltest du jetzt schon momentan in dieser Energie sein, dass es dich nicht mal juckt, dass es dir egal ist. Ja. Ja. Oh. Oh, hier hat es aber ganz schön gescheppert. Meine Herren. Oh, oh, oh. Was denn hier? Also ich switche jetzt einmal wieder zurück in die Vergangenheit. Da hat es aber ganz schön gekracht. Gab es hier irgendeinen Autounfall vielleicht? Achtung, Trägerwarnung. Nee, ne? Also ich hoffe nicht und wenn, dann scheint es hier irgendwie nur was Kleineres gewesen zu sein. Irgendwie so eine kleine Delle oder sowas. Jedenfalls muss sie jetzt nicht zwingend ein Autounfall sein, aber der Wagen und der Turmmoment in Kombination steht auch für einen kleineren Autounfall. Muss jetzt nicht sein. Muss jetzt nicht sein. Ist hier nur so ein Nebenimpuls. So. Ja. Auf jeden Fall hat es hier ganz schön gekracht. Hier ist ein ordentlicher Turm mit reingekommen. Ja. Irgendetwas, ähm, das man hier abgelehnt hat. Immer und immer wieder permanent abgelehnt hat. Man war damals irgendwie noch nicht so wirklich reif für irgendetwas, ne? Vielleicht für dich. Ich weiß es nicht. Wir haben es ja gerade gesehen. Der Ritter der Schwerter ist eher so, ja, immer schon immer, immerhin besser als ein Page auf jeden Fall. Aber der darf hier noch irgendwie so heranreifen. Das kann sein, dass hier jemand zu wen anders laufen musste, um heranzureifen. So, und jetzt verstehe mich hier bitte nicht falsch. Ich heiße hier nichts gut, ja, und ich befürworte auch nicht, dass man hier irgendwelche anderen Menschen sitzen lässt für wen anders und dann dementsprechend den Menschen einen emotionalen Schaden hinzufügt. Ja, ganz wichtig. Es kann aber wirklich gut durchaus möglich sein und gut durchaus denkbar sein. Ich weiß ja nicht, wie weit ihr damals schon in eurer eigenen Verbindung wart, warum man hier irgendwie abgehauen ist, warum man zu wen anders gelaufen ist. Kann es aber sein, dass jemand an eine andere Person geraten musste, um an dieser Person zu wachsen und zu gedeihen. Nein, du damals warst selbst auch noch nicht so wirklich weit, ja, und das ist nicht böse gemeint. Es ging einfach nur darum, um deinen eigenen spirituellen und emotionalen Heilungsprozess, ja, der dich natürlich jetzt in diese Energie der Kelchkönigin gebracht hat. Verstehe mich hier bitte, wie gesagt, nicht falsch und ich hoffe, du kannst mir hier folgen, dass das wirklich auch so auf Umwegen manchmal eben passieren muss, dass man gewisse Handlungen und Entscheidungen trifft, die vielleicht in dem Moment nicht so toll sind, ja, nicht so schön und vielleicht auch sehr verletzend sind oder einst waren, um eben gewisse Dinge ins Laufen zu bringen, in die Aktivität zu bringen. Weißt du, wie ich das meine, damit hier irgendwie ein neuer Zyklus beginnen kann? Du musst sowieso hier mal gucken. Ich weiß ja nicht, was da passiert ist. Es sind irgendwelche gravierenden Dinge passiert, dann ist diese Legung hier eher unwahrscheinlich für dich, ja. Wenn da jetzt nicht so große Dinge passiert sind, wo man vielleicht sagen kann, ja gut, okay, das könnte man mit dem Gespräch irgendwie aufwerten und bearbeiten und da irgendwie nochmal eine Lösung für finden. Ich glaube, die sind eher angesprochen, ja, weil ich glaube, ich glaube nicht, dass du jemandem hier eine zweite, dritte, vierte Chance geben würdest, der dich einmal so verletzt hat. Jedenfalls ging es bei dir hier irgendwie auch um das Thema Lehren, Lernen, selber nochmal irgendwie ganz, ganz viel aus dich herausholen. Du hast irgendein Wissen in dir gehabt und dieses Wissen war dir damals selbst eigentlich noch gar nicht so ersichtlich. Irgendetwas ist da hier eingetroffen, eingetreten, was dazu dann im Endeffekt geführt hat, dass du dich hinsetzt und dich irgendwie beliest. Du hast dich hier irgendwie schlau gemacht. Und dann bist du aber irgendwie nachher in so eine ablehnende Haltung gekommen. Irgendwas wolltest du hier nicht mehr haben. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, irgendwie, also verstehe mich hier nicht falsch. Es ist so. Du dachtest vielleicht, du wärst sehr belesen in Bezug auf eine ganz bestimmte Situation. Da war irgendwie auch viel Bewegung drin, ja. Ja, aber irgendwie hast du trotzdem hier immer und immer, also du selber, ja. Das bist du hier. Du selber hast irgendetwas abgelehnt. Irgendwas wolltest du hier nicht haben. Da hattest du keinen Bock drauf gehabt, um es mal auf den Punkt zu bringen. So, dann kam bei dir hier der Turmmoment rein. So. Und bei dir selber ging es um deine eigene Stabilität, ja. Irgendetwas war nicht stabil genug. Deine Emotionen und Gefühle waren nicht stabil. Und hier bei dir musst du jetzt einen Turmmoment eintreten, damit bei dir selber einmal komplett etwas Grundlegendes verändert werden kann. Du musstest hier selber einmal komplett geupdatet werden. Bei dir musste einmal die Festplatte gelöscht werden, damit ein neues Update darauf gezogen werden kann, damit du neu programmiert und umstrukturiert wirst. So. Weißt du, deswegen war diese Angelegenheit in dem Sinne für dich gut. Ich kenne selber diesen Turmmoment. Ich hatte das auch gehabt, ja. Also, ich kann euch da wirklich sehr gut verstehen. So. Und dann bist du natürlich fertig mit deiner Transformation. Befindest dich dann hier. Wenn du etwas beendet hast, dann fühlst du dich natürlich erst einmal so ein bisschen unsicher. Ja. Aber dennoch irgendwie stabil. Guck mal, du hast ja hier schon Wurzeln geschlagen. Du hast Wurzeln geschlagen. Vielleicht ist es dir auch noch gar nicht so wirklich bewusst. Und hast dir vielleicht jetzt noch so ein bisschen Angst, das zweite Bein, den zweiten Fuß auf den Boden aufzustellen, um loszugehen. Irgendetwas, irgendeine neue Energie ist bei dir reingekommen. Die kennst du nicht. Es ist der Abschluss einer Transformation. Du bist nicht mehr so, wie du einst mal warst. Na? Das, was im Vorwege in der Vergangenheit war, ist passiert. Du hast dich mittlerweile sehr doll transformiert. Bist jetzt fertig. Hier ist ein Abschluss zu sehen. Und kommst du denn in eine Energie, dass du da irgendwie so unsicher bist, dich unbeholfen fühlst. Du weißt, dass du etwas beendet hast. Und dann bist du irgendwie so in dieser Energie und fragst dich, was muss ich denn jetzt tun? Was muss ich denn jetzt machen? Wie geht es denn jetzt weiter? Ist ja eigentlich so, im Endeffekt deine Energie, deine Fragestellung war bei mir auch so gewesen. Als ich dann fertig war, als ich mit meinem eigenen emotionalen und spirituellen transformativen Prozess fertig war, habe ich mir auch diese Frage gestellt. Ich war sehr, sehr unsicher. Ich war sehr unbeholfen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt tun und machen sollte. Weil die geistige Welt mir in dieser Zeit wirklich so enorm den Rücken gestärkt hat. So dermaßen den Rücken gestärkt hat, damit ich weitergehe, damit ich mache und tue und am Ball bleibe. Und die haben mich motiviert und gemacht und getan. So, und dann war dieser Prozess endlich abgeschlossen. Ich habe ohne Scheiß drei Kreuze im Kalender gemacht, als endlich alles vorbei war. Und dann war ich auch danach der Part und der Münzen. Ich war auch unsicher, aber irgendwie dennoch stabil, weil ich hier mein Selbstwert natürlich immer und immer wieder mit dabei hatte. Und das hast du natürlich auch. Dein Selbstwert ist da. Du hast ganz viel gemacht, du hast ganz viel getan, bist aber unsicher, das macht aber nichts. Mit jedem Schritt, den du in dieser neuen Energie hineingibst, wirst du von Mal zu Mal immer sicherer und sicherer. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Und was ja auch noch wichtig für dich zu wissen ist, hier werden sich immer mal wieder irgendwie noch mal so kleinere Wiederholungen einschleichen. Ja, dass du das Gefühl hast, dass dieser Prozess, der sich hier angezeigt hat, dass der sich noch mal wiederholt. Nein, er wiederholt sich nicht. Und wenn, dann sind das einfach nur abgeschwächte Varianten dessen. Ja, es wird nicht mehr so krass und nicht mehr so intensiv sein, wie es einst mal war. Aber diese Wiederholungen sind einfach hier nur noch mal wichtig, weil das irgendwie nochmal so, ich will nicht sagen Überprüfungen sind. Aber das sind halt einfach nochmal so Dinge, die dir nochmal aufgezeigt werden, die du nochmal reflektieren kannst. Also man durchlebt das Ganze irgendwie noch einmal, aber es ist alles sehr, sehr abgeschwächt. Also es ist irgendwie so, als würde dich das nachher schon gar nicht mehr so wirklich interessieren. Oder aber du wirst es dann bemerken, du wirst dir dann denken, ach warte mal, irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Das habe ich doch schon mal erlebt. Ja, jetzt weiß ich ja, was ich zu tun habe. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich glaube, hier kommt das Skorpion nachher gleich raus. Bin mal gespannt. Ich glaube, das ist aus Versehen hier auch wieder eine Legung für mich. So, gut. Dann lass uns mal weiter gucken. Also, solltest du nachher in diese Energie kommen, dann kann es sein, dass zum Abschluss nochmal so kleinere Wiederholungen auftreten können. Das können auch nochmal Triggerpunkte auf dich zukommen. Aber es ist alles in einer sehr, sehr niedrig gehaltenen Dosis. Ja, also das würde ich hier sozusagen dann nicht mehr überfordern. So, was kommt dann hier jetzt noch? Ach, ja. Wow, das geht hier alles weiter. Das ist hier noch gar nicht vorbei mit uns. Guck mal hier. Wir werden zur Herrscherin. Ist ja geil. Also, bei mir ist es jetzt auch noch nicht gänzlich vorbei. Ich freunde mich ja jetzt auch mit dieser Energie an. Und merke halt wirklich zwischendurch immer mal wieder, oh, oh, oh. Da kommen immer nochmal so Triggerpunkte hoch. Oder irgendwelche Dinge, die sich wiederholen. Sei es auf der Arbeit, sei es im Freundeskreis, in der Familie, was auch immer. Aber das ist hier zu irgendetwas nochmal gut und sinnvoll vor allem. Weil es hier nochmal in den richtigen Abschluss gehen wird. Und zwar in den Abschluss der Herrscherin. Hier soll eine transformative Erfahrung geschehen. Man soll hier zur Herrscherin heranreifen. Na? Aber so richtig. Hier gibt es aber noch einen Knackpunkt. Und dieser Knackpunkt ist irgendwie so ein eigener innerer Widerstand. Man hat hier irgendwie noch so ein bisschen Konflikt. Man ist hier irgendwie noch vielleicht auch konfliktscheu. Das kann auch sein. Es geht um Emotionen und die Liebe. Was ist dann hier mit der Liebe? Da gibt es irgendeinen Konflikt. Da kannst du dich irgendwie nicht so wirklich... Hier kannst du irgendwie deine eigene Grenze nicht überschreiten. Es ist irgendwie so... Nee, warte mal kurz. Ich muss hier nochmal eine dritte Reihe auslegen. Es kann nämlich sein, dass du hier eine Dame hast, die dich die ganze Zeit beobachtet. Na? Die dich hier die ganze Zeit beobachtet, genauestens auf dem Schirm hat und hier gerne die Grenzen überschreiten möchte, aber es nicht macht. Sieben Schwerter. Ich glaube, ich muss hier so ein bisschen umswitchen. Aber es kann wirklich sein, dass du hier einen inneren Konflikt noch hast in Bezug auf die Liebe. Dass es da irgendwas gibt, wo du dich noch nicht so gänzlich überwinden kannst, dass das halt einfach noch so deine eigene innere Blockade ist, die du hier nochmal auflösen kannst, damit du hier in dieses volle Potenzial der Herrscherin übergehen kannst. Weißt du? Du hast nämlich keinen Bock mehr hier auf irgendwelche Verarschungen, auf irgendwelche Illusionen oder Luftschlösser. Darauf hast du keine Lust mehr. Kelchkönigin, wenn man die negativ auslegt, die ist leicht manipulierbar. Die vertraut auch leider sehr, sehr schnell jemanden. Und das kann sie halt natürlich in eine ordentliche Misere bringen. Das scheint es jetzt gewesen zu sein, ja. Dass es irgendwie eine Enttäuschung gab, irgendeine Illusion, die dich in ein schmerzhaftes Ende gebracht hat. Und wie gesagt, ich kann davon auch Ronit singen, hatte ich auch gehabt. Du hast nun aber keinen Bock mehr da drauf, auf diese ganzen Illusionen. Und guckst dir hier jetzt ganz genau an, welchen Kelch, welchen Kelch drehe ich hier nun um? Wo ist die Wahrheit und wo ist eine Lüge? Wo ist eine List? Wo ist ein Hinterhalt? Du guckst es dir hier ganz genau an. Hier in einer nachdenklichen Haltung guckst du dir ganz genau die Kelche an. Du sagst, das lässt du hier nicht mehr mit dir machen. Du hast da keinen Bock mehr drauf, vollkommen verständlich. Absolut bin ich voll bei dir. Hier gibt es aber jemanden, der genau das Gleiche denkt. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hier zeigt sich der Paar oder der Kelch hier an und der denkt genau das Gleiche. Denkt man sich hier. Was ist, wenn das alles hier nur eine Illusion ist? Also das könnte hier eine Sachlage sein, die gespiegelt ist, ja? Du denkst so etwas, aber irgendwer anders denkt das wiederum auch in Bezug auf dich. So. Das kann hier natürlich jetzt ganz gut möglich sein, weil hier gibt es auch noch irgendwie so Ängste, Ängste in Bezug auf die Liebe. Man hat keinen Bock, hier wieder auf die Nase zu fallen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man möchte hier endlich mal ankommen, ja? Man möchte endlich mal hier den Ankerplatz haben. Man weiß aber dennoch, hier ist irgendwas nicht so ganz koscher mit den Sieben der Schwerter. Das ist ja so diese typische Verpisser-Karte. Da geht auch der Lug und der Betrug mit. Irgendeine Unwahrheit ist hier noch. Also, weißt du, was ich nämlich glaube? Ich glaube, du redest dir hier irgendwas ein, das nicht der Wahrheit entspricht. Also, irgendwie hast du schon die Wahrheit, die ist schon da, aber du selber stempelst das als eine Art der Lüge ab, als eine Art der Unwahrheit und bring dich daher irgendwie in eine eigene Begrenzung rein, in eine eigene Blockade, die du dir hier aufbaust, weil du dir hier sagst, nee, das ist alles nur Lug und Betrug, das ist gar nicht echt, das kann auch sein, dass du wie ein Neues kennengelernt hast und dass sich mit dieser neuen Person irgendetwas wiederholt hat, dass du mit einer alten Person aus der Vergangenheit schon erlebt hast, ne? Und dass du dir hier jetzt aufgrund dessen sagst, nee, also das ist ja alles hier nur Lug und Betrug und Spinnerei, das ist alles nicht der Wahrheit entsprechen, das hat alles hier nichts mit Liebe zu tun. So, nun bist du hier auf eine Person, oder du hast aber, wie gesagt, hier eine neue Person getroffen, die irgendwas anträgert bei dir. Die triggert irgendwas an und du sagst dir hier, nee, also das ist auch nur wieder hier so ein, ich weiß auch nicht, was das hier für ein Kerl ist oder für eine Dame ist, ist bestimmt wieder genauso. Also das ist so, als würdest du hier in ein altes Muster verfallen. Das sollst du aber nicht. Ja, weil du nun endlich mal deine eigenen inneren Blockaden durchbrechen sollst, weil sonst kannst du nicht frei werden, nicht frei sein. Das möchtest du ja. Ja, du möchtest ja ankommen. Da musst du dich aber auch dafür öffnen. Und das gilt hier natürlich auch für mich. Man muss sich dafür öffnen, weil sonst wird es einfach nichts. Und hier ist mindestens eine Person, die du kennengelernt hast, die genau über das Gleiche auch gerade nachdenkt. Mindestens eine Person, die das Gleiche denkt wie du. Das spiegelt sich hier bei euch beiden. Wer auch immer diese Person hier jetzt für dich ist, der könnte entweder jünger sein oder noch so ein bisschen unreif. Der selber auch gerade erst in so einem Prozess drin steckt, dass man sich hier transformiert. Es geht hier viel um dich. Weil du nämlich wichtig bist. Und das ist ja auch richtig so. Vollkommen richtig. So, warte mal. Ich nehme jetzt hier mal ein anderes Kartendeck und schau mal weiter. Wie geht es denn hier weiter? Wie geht es weiter? Die Welt. Der neue Anfang. Ein neuer Zyklus. Vier Münzen. Ja, ja. Das ist es nämlich, ne? Müssen uns hier wirklich, also wenn du hier auch mit dieser Legung resonierst, dann müssen wir uns hier wirklich so ein bisschen mal, ja, die Gefahr läuft hier wirklich an, wenn wir hier an irgendwas festhalten, dass das hier nichts wird. Wir wollen einen Neuanfang haben. Etwas Neues soll sich einstellen. Das wird aber nicht, solange wir an irgendetwas festhalten, was wir selber irgendwie als Wahrheit abstempeln. Also wir, es ist so, als möchten wir irgendetwas nicht anerkennen. Ja, irgendetwas, das passiert ist, das vielleicht für uns nicht so toll war. Ausgelöst durch eine Person oder auch das Aufeinanderzugehen, ein Aufeinandertreffen, ich weiß nicht was. Hier musst du irgendwie ein Kern gelernt haben. Und da ist irgendwas schief gegangen. Ja, irgendwas hat sich da nicht so priggelnd gezeigt. Und irgendwie hast du währenddessen viele Informationen erhalten, viele Informationen bekommen. Du kannst diese Informationen aber nicht annehmen, weil du dir hier saßt, so wie der Hierophant hier saß. Ähm, nee, halt, stopp mal. Also das ist ja hier nicht meine Moral. Das ist auch nicht mein Wert. Also irgendwas ist hier so gänzlich falsch, aber vielleicht ist es ja genau das, die Moralverstellung und der Wert. Weißt du, dieses Gegensätzliche. Es geht hier um Gegensätze. Gegensätze, die sich anziehen. Du bist auf jemanden getroffen. Mag dir hier vielleicht vom Aussehen gefallen haben, aber vom Charakter her nicht. Und irgendetwas scheint hier zu sein, irgendetwas ist hier noch nicht gänzlich vorbei. Irgendwas soll ja hier weitergehen. Du sagst dir hier aber, nee, also das kann ja nicht sein, so wie man mich hier irgendwie behandelt hat, so wie man mit mir umgegangen ist oder was auch immer. Das, das, das kann doch hier, nee. Nein, sagst du hier, nee. Das ist ein Gegensatz und das entspricht nicht meinen eigenen Moralverstellungen, nicht meinen Werten. Sowas kann ich nicht dulden. Aber vielleicht ist es ja genau das, was du nochmal lernen sollst. Verstehst du, wie ich das meine? Hm, spannend, oder? Was auch immer. So, jetzt geht es genau darum, dieses eigene Denkmuster, an dem du festhältst, loszulassen, zu durchbrechen, um dich dafür zu öffnen. Und es heißt nicht, dass du dich für diese Person öffnen sollst. Nein. Es geht einfach nur generell darum, anzuerkennen beziehungsweise anzunehmen, zu akzeptieren, dass es nun mal Menschen gibt, die irgendwie auf einer ziemlich kuriosen Art und Weise zueinander passen. Und das ist auch einfach so, ja. Ganz egal, was hier passiert ist, du bist ja nun schon sehr weit in deinem Prozess und du weißt das wie höchstwahrscheinlich. Aber dieser Impuls, der hier gerade noch on top gekommen ist, ich glaube, das weißt du noch nicht. Hier soll ja irgendwas weitergehen. Irgendwas soll sich ja hier gänzlich neu nochmal aufrichten. Also. Hier kommt nochmal jemand auf dich zu. Ja. Hier ist eine liebevolle Geste angezeigt. Irgendetwas soll hier auf dich nochmal wirklich zukommen. Ein liebevoll gemeintes Angebot in kleinen Schritten. Sehr bedacht. Und dieser Kelch, den man dich erreichen will, der ist mit einem gewissen Wert gefüllt und einer Moralvorstellung. So. Jetzt ist es aber so. Kommt diese Person hier nochmal auf dich zu? Kann wirklich Gefahr anlaufen, dass du hier nochmal ordentlich getriggert wirst, weil du Angst hast, dass diese Person nochmal das auslösen kann, was sie schon mal einst ausgelöst hat. Weißt du? Und dass du hier wieder dadurch in deine Instabilität und in deine... in deine... dass du nicht mehr stabil bist, dass du nicht mehr sicher bist, dass du hier einfach wieder wie so einen Turmoment bekommst. Weißt du? Und hier gilt es jetzt irgendwie jemandem noch eine Chance zu geben und zu erkennen, dass diese Person sich ja auch irgendwie sehr verändert hat. Ja, also... ist zwar sehr, sehr klein noch, ja, kann dir hier noch nicht gänzlich den Kelch reichen, weil die Person gerade selber in diesen Schülchen steckt, der Veränderung und Transformation. der oder die hat auch irgendetwas erlebt mit den zehn Schwertern. Ja, also das, was dir passiert ist, ist dieser Person auch passiert. Deswegen sagte ich das ja. Hier muss ich irgendetwas gespiegelt haben. Du warst nicht die einzige Leidtragende. Jemand hat hier auch sein Fett wegbekommen. Absolut. Und kann daher das, was du empfunden hast, nur nachempfinden. Na, hier bist du jetzt wieder als Herrscherin. Ja, du bist aber hier eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, ne? Also bei dir wird es auf jeden Fall nochmal weitergehen in einer Transformation. Hier kommt nochmal echt eine Stärke rein. Das kann sein, dass du diese Person hier mal ordentlich ablehnen wirst. Das kann auch sein. Was du sagst hier, nö, ich habe keinen Bock. Ich habe hier jetzt ordentlich transformiert und geheilt. Ich will die zehn Kirche haben. Ich möchte endlich ankommen. Ich will mein Glück haben. Und dass du einer Person hier wirklich einen Korb gibst, ist auch vollkommen okay. Und dass du hier sagst, du möchtest dich lieber für etwas anderes öffnen. Dass du offen für etwas anderes bist, für etwas Neues, aber eben nicht mit dieser hier ausliegenden Person. Na, aber die kommt hier nochmal auf dich zu. Wäre aber eine Chance wert, sag ich mal. Ja, zumindest sicher einmal irgendwas anzuhören, was diese Person dir zu sagen hat. Und vielleicht nicht gleich hier das Handtuch zu schmeißen und zu sagen, ach, ne. was natürlich alles in deiner eigenen Entscheidungsfreiheit liegt, ne. Das machst du natürlich alles hier mit dir selber aus und du entscheidest auch, wie du hier vorgehst und, und, und. Aber jemand weiß, was hier mit dir passiert ist. Ja, Page oder Kelche. Also, es ist wirklich hier eine Person, die noch sehr, ich will nicht sagen unreif ist, aber irgendwie gerade erst dabei ist, heranzureifen. So, und die kommt hier wirklich nochmal auf dich zu. Sehr, sehr verängstigt, muss ich aber auch sagen, ja. Die weiß, was hier, wie gesagt, passiert ist. Die hat es auch selbst erlebt. Sehr verängstigt, sehr reflektiert, muss ich aber auch dazu sagen, ja. Sehr verängstigt. Hat hier irgendwie echt ganz schön, der Person geht hier echt ganz schön der Arsch auf Grundeis. Hier geht auch eine Lernaufgabe mit. Der muss hier auf dich zukommen und nicht andersrum. Du bist ja hier komplett in deiner weiblichen Position drinnen, im empfangenen Modus und, ähm, sagst du hier auch, so, ich muss hier gar nichts mehr machen. Wenn man was von mir will, dann muss man bei mir ankommen. Das hier ist so deine Aussage, ne. Und hier kann es auch sein, dass hier einer ankommt, können auch zwei Personen sein, ich weiß es nicht, weil ich ja vorhin von zwei Personen gesprochen habe. Dass sie nochmal zwei aus der Vergangenheit auf dich zukommen und dir den Kerch reichen wollen. Der eine mit einer Entschuldigung und der andere mit irgendeinem Angebot. Aber der ist hier ganz schön grün hinter den Ohren. Also einer von den beiden ist noch sehr, sehr grün hinter den Ohren. Sollte es wirklich so sein? Ne, der ist nicht grün hinter den Ohren. Der ist einfach nur wirklich sehr, sehr stark verängstigt. Hier hat jemand Schiss vor dir. Was ist, hier zerbricht sich jemand ganz schön den Kopf. Hier denkt jemand, hier zerdenkt sich jemand wirklich etwas in deiner Richtung. Was passiert, wenn? Was mache ich, wenn dies und das und jenes passiert? Wie reagiere ich, wenn sie Nein sagt? Was habe ich dann hier noch für Optionen? Was hätte ich dann hier noch für Möglichkeiten? Jemand hat hier irgendwie nächtelang nicht schlafen können, weil man hier wirklich ein gewisses Szenario hat sich im Kopf durchspielen lassen, wie hier eine gewisse Abfolge zu leisten ist. Weißt du, wie ich das meine? Wie man hier auf dich zugehen kann? Hat man hier wirklich im Kopf durchgespielt absolutes Kopfkino Gedankenkarussell Oh, oh, oh und was ist, wenn? Und man möchte hier irgendwie auf alle möglichen möglich eintreffenden Szenarien vorbereitet sein, damit man hier nicht nicht hier in diese ja, damit man einfach nicht am Boden zerstört ist, weißt du? Aha. Und jemand hat hier ordentlich Schiss vor dir. Mein lieber Herr Gesangsverein. Nun gut. Absolutes Kopfkino. Hier hat jemand wirklich enormes Kopfkino. Ist sie noch da? Ja oder nein? Bist du vergeben? Ja oder nein? Fünf Münzen. Jemand ist hier im Mangel, aber so richtig im Mangel. Jemand wird auch hier in die Mangel genommen von oben. Aha. Das ist echt wirklich sehr spannend. Sehr interessant. wie sich das Ganze hier anzeigt. Fünf Münzen. Das ist der Mangel. Die Mangelkarte. Jemandem geht es ja nicht gut. Das lässt ihn hier auch gar nicht so wirklich los. Also man macht hier irgendwie schon alle irgendwie verrückt und dabei ist hier noch gar nichts und dabei ist hier noch gar nichts Wahrscheinlich wärst du einem Gespräch auch gar nicht abgeneigt. Na? Aber hier dreht jemand komplett am Zeiger. Man dreht hier richtig am Rad. So. Darf ja dann auch so sein. Du bist ja auch am Rad gedreht. Deswegen ist es nur fair, wenn die Rollen hier einmal jetzt auch verdreht und vertauscht sind. Was kriegen wir denn noch für Informationen? Die Temperance. Page der Stäbe. Süß. Der Herrscher. Guck dir das an. Ich hab hier ein Pärchen. Ich hab ein Dreamteam. Ihr seid ein Team. Rein theoretisch wärt ihr ein Team, wenn du ihm eine Chance geben würdest. Könnte er es dir zeigen. Pass auf. Er zeigt sich hier als Herrscher. Ja? Er hat nach außen hin eine sehr stark auftretende Persönlichkeit. Eine sehr autoritäre Rolle, die er repräsentiert. Ja? Der ist, ähm, der hat gerne Macht und Kontrolle. Aber bei einer Person hat er keine Macht und keine Kontrolle. Da ist er richtig klein. Dann ist er so klein. Und das bist du. Ja, krass. Das ist wirklich krass. Der ist ganz, ganz klein. Es kann sein, wenn er sich meldet, dass er sich als Herrscher repräsentiert. Wirklich. Ja? Dass er hier einen auf cool macht, einen auf lässig. Und, ähm, ach, ich bin ja hier oder, ich weiß nicht, zeigt sich dann so an, als wäre nie irgendwas passiert. Aber lass dich hier von seinem Auftreten, von seinem Erscheinen nicht verunsichern. Der hat Angst vor dir. Der ist richtig klein. Der ist wie so ein kleiner Junge. Der hat Angst. Der hat Schiss vor dir. Weil er ganz genau weiß, er kann dir hier irgendwie nicht das Wasser reichen. Würde es gerne, kann es aber nicht. Versucht es dann aber dahingehend, um irgendwas selbst auszugleichen, indem er sich dann so präsentiert. weißt du? Ja, aber hier darf ganz viel Heilung reinkommen. Hier kommt auch nochmal Harmonie rein. Also, das wäre hier wirklich ein Versuch wert, sich zumindest irgendwie mal was anzuhören. Ja? Und da guck jetzt bitte auf dich. Triggert dich das gerade an? Dann wahrscheinlich nicht. diese Aussage. Aber wenn du davon nicht gänzlich abgeneigt bist, dann, ja, Randa. Hier ist aber auch sehr viel Zeit schon vergangen. Ganz viel Zeit, ganz viel Heilung, der Transformation und, und, und. Das spielt hier auch nochmal eine Rolle, der Zeitfaktor. Sieben Stäbe. Ich sag's ja, das war hier eine Art des meditativen Zustandes, genau. Viele, viele Triggerpunkte, die hier angeschossen worden sind, meine Güte. Boah. Was denn hier passiert bei euch? Sag mal. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob du das überhaupt weißt, was bei, bei deinem Gegenüber hier auch vorgefallen ist. Hier wurden auch viele, viele Triggerpunkte bei ihm angeschossen, aber so richtig. Bei ihm ist das auch aufgebrochen, hochgebrochen. Deswegen ist er ja so klein. Er ist nicht der Herrscher. Er zeigt sich natürlich als Herrscher, kann er ja auch. Aber im Inneren ist er wirklich noch unbeholfen. In seiner neuen Energie, sage ich jetzt mal. Ja. Hier braucht jemand selber noch so ein bisschen Führung. Führung von einer Herrscherin selbst. Und dann kann man hier nochmal was lernen und erreichen. Also hier ist bei ihm ganz, ganz viel passiert. Ganz, ganz viel Bewegung. Oh. Also hier sind auch noch einige, hier ist einiges aufgebrochen bei deinem Gegenüber. Einiges. Das war nur eine Phase des meditativen Zustandes. Na, das ist kein Ende. Das ist kein Ende. Es wird weitergehen. Wenn du es möchtest. ist die hohe Priesterin. Drei Schwerter. Acht Schwerter. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ne. Es kann sein, dass er zu Wien anders gerannt ist. So. Und hier hat es aber mit der anderen Dame oder Herren auch nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Da wurde einiges bereinigt, sage ich jetzt mal. Also das war kein leichtes Unterfangen, was er eben bei der Dame zu lernen hatte. Da wurde ordentlich was aufgerissen bei ihm. Das musste aber sein, damit das im Endeffekt jetzt endlich mal heilen kann. Und das kann hier schon eine längere Zeit her sein, die Trennung, ne. Der war handlungsunfähig. Der konnte sich hier irgendwie gar nicht frei bewegen, nicht frei entfalten. Irgendwas hat ihn eingeschränkt. Und das hat ihn an irgendetwas aus der Vergangenheit erinnert. Und das hat er durchbrochen. Schmerzhaft durchbrochen. Schmerzhafte Erlebnisse und Erinnerungen aus der Kindheit. Irgendwas ist hier mit dem Vater. Hier ist irgendeine Vaterprojektion. Dass ihm in einer anderen Verbindung gespiegelt wurde durch eine Dame, die sehr dominant war. Und da ging richtig der Zirkus rund. Also das war richtig Rambazamba und Halligalli. Das war alles andere als schön. Und diese Angelegenheit mit der anderen Person ist aber beendet. Die sind nicht mehr zusammen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da gab es ganz, ganz viele Verletzungen. Er konnte sich nicht frei entwickeln, frei entfalten. Es war irgendwie ein Stillstand. Er fühlte sich da irgendwie auch unterfordert. Drei Kerlchen, ja. Dreierkonstellation, ne. Wird beendet werden. Sehr schön. Ich sage, es ist beendet. Thema Dreierkonstellation. Bist du hier jetzt mit dabei? Findest du dich wieder? Das ist wirklich beendet worden. Da liegt die Transformation drauf. Vergebung, Heilung, Annahme und Akzeptanz. Auflösung eines Karmas. Habe ich auch hier drin. Das hört hier alles auf. Ist vorbei. Endlich haben es hier drei Parteien geschafft, die Kammer aufzulösen. Nach einer langen Zeit. Vier Schwerter. Ja, hier kommt jetzt Ruhe rein. Hier kommt jetzt Ruhe rein. Endlich. Neun Kercher. Zwei Münzen. Sechs Schwerter. Ja, hier ist der Erfolg. Etwas, eine Dreierkonstellation ist hier wirklich beendet worden oder findet demnächst. Also jetzt hier schon bald in Kürze. Das ist eine aktuell wirkende Energie hier. In Kürze wird eine Dreierkonstellation beendet werden. Alle drei haben ihr Karma abgearbeitet, haben gemacht und getan. Jeder auf seine eigenen Art und Weise. Hier kommt die Ruhe rein. Ruhe wird kommen. Der Erfolg zeigt sich gut an. Ja, positives Karma, der erfolgreiche Abschluss einer tatsächlich, einer karmischen Dreiecksgeschichte findet hier einen Abschluss. Die Vollendung ist hier wirklich schon zum Greifen nahe. Ja, also viele werden demnächst endlich aufatmen können. Viele von euch werden demnächst wirklich aufatmen können. Und dann stellt sich auch wirklich in der Regel ein Gefühl der Erleichterung und der Verbesserung ein. Ja, dann kommt eine Erlösung. Ein erlösendes Gefühl. Du fühlst dich frei. Hey, du fühlst dich dann endlich frei. So, wie es ja hier weitergehen könnte, habe ich ja schon erwähnt. Ne? Und jetzt lass uns mal auf die Sternzeichen gucken. So, welche Sternzeichen dürfen dann mit dieser Erlegung hier unterstützt werden? Krebs. Oh Gott. Zwilenk. Der Widder. Stier. Oh Gott. Der Löwe. Der Wassermann. So. Das ist hier auch mein Reading. Denn mein Ascendent ist mit dabei. So. Na, dann hoffe ich mal, diese Legung war dir hier wirklich dienlich und du konntest einen ganz, ganz wichtigen Impuls mitnehmen. Führe bitte immer erst auf deine eigene Intuition, ja? Und dann guck auf die Sternzeichen. Die sind nur unterstützend da, ja? Mach das nicht gänzlich davon hier immer abhängig. Aber Ascendenten könnten hier auch eine wichtige Rolle oder Funktion sein, um dich hier irgendwie ein Stück weit zu unterstützen. Dass du hier mit einer kompletten Legung nicht resonieren kannst. Das ist klar, ne? Viele werden hier nur mit Teilbereichen irgendwie etwas anfangen können. Aber dann reicht das auch schon aus. Ne? So. Dann vielen Dank für dein Einschalten und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.